Musik Sechster Spieltag in der zweiten Barmer Basketball-Bundesliga. Erst einen Sieg gab es bislang für die Tagers Tübingen um den neuen Center Robertas Grabowskas. Gegen Baunach sollte der zweite folgen. Roland Steck mit David Rösch. David Rösch, vier Spiele in Folge verloren. Wie bleibt man da im Trainerteam positiv? Auch in der Niederlage findet man immer was, was man gut gemacht hat. Und gerade im Spiel jetzt am Mittwoch gegen Ehingen haben wir immer wieder gute Ansätze gezeigt, gerade was unser Passspiel angeht. Allerdings war dieses Spiel eigentlich eins zum Vergessen. Und genauso gehen wir es auch an. Wir schauen nach vorne und versuchen es heute besser zu machen. Viele meinen an der Verteidigung gäbe es viel zu verbessern. Wird heute gegen Baunach wichtig sein, oder? Verteidigung ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man sich unsere Statistiken anschaut, sieht man, dass wir in den offensiven Bereichen top in der Liga sind. Und gerade in der Verteidigung, gerade bei den Rebounds sind wir Vorletzter. Wie wird das Spiel heute gegen Baunach laufen? Starke Mannschaft, drei Siege, kommt selbstbewusst hierher. Na ja, aber sie müssen auch erstmal bei uns gewinnen. Und wie werden wir Gewinner heute zum Sascha-Sein-Geburtstag? Na ja, das ist natürlich eine zusätzliche Motivation. Da will keiner den Trainer enttäuschen. Aber es geht vor allem darum, dass sich jeder Spieler an seiner eigenen Nase packt und heute die 10 Prozent draufpackt, die da momentan fehlen. Hoffentlich klappt es. Alles Gute. Danke. Vielen Dank. Ja, und den Glückwünschen schließen wir uns natürlich an. 42 Jahre jung wurde Alexander Sascha Natschwey am Samstag. Ja, und er dominierte gleich mal seinen Sohn Nemanja gegen die Young Pikes. Zum ersten Mal in die Starting Five. Und der gleich mit dem Stil. Und dann ab nach vorne. Über Tyler Leser, Reed Timmer, Alicia Allen, wieder Natschwey Junior und dann Krabauskas und der 28-jährige Litauer mit den ersten Punkten der Partie. Alle fünf Tagerspieler zuvor am Ball. Krabauskas hielt sich zuletzt in seiner Heimat fit. Die jungen Hechte sind das Farmteam des deutschen Top-Teams Brose Bamberg. Seit der Saison 2014-2015 in Liga 2 unterwegs. Die Talente sollten so an höhere Aufgaben herangeführt werden. So gingen beispielsweise die aktuellen Nationalspieler Johannes Thiemann und Andreas Obst diesen Weg. Der Dreierversuch von Allen findet den Weg in den Korb und gleich danach auch der von Leser. Guter Start für die Jungs in Gelb vor knapp 2000 Zuschauern. Bei den Gästen fehlten allerdings auch drei wichtige Akteure, da sie im Kader der Bamberger gegen den mitteldeutschen BC standen. Matteo Seric trifft für die Franken und gleich danach nochmal. Seric kam im Sommer von den MHP-Riesen aus Ludwigsburg. Wie eingangs erwähnt, drei Siege in Folge sorgen für eine breite Brust. Die Gastgeber sind mit nur einem Saisonsieg noch nicht richtig im Unterhaus angekommen. Vor allem die Defensive schwächelt gewaltig. Nach vorne lief es von Beginn an gut. Wieder Laser und dann Laser zu Allen und der mit schöner Körpertäuschung. Die Tigers aber nur ein paar Punkte vorne. Bozo Diorasovic für drei, Tübingens Nummer vier, war bei den letzten beiden Niederlagen in Paderborn und in Gehingen jeweils bester Tigers-Schütze. Wir sind als Team sauer auf uns selbst, haben aber genügend Talent und Motivation, um es besser zu machen, sagte Jakob Mampuja im Vorfeld und legt hier den nächsten Dreier nach. Da haben wir den Head Coach der Young Parks, Felix Czerny, seit Juli im Amt der 34-Jährige. Er hatte 2005 in Tübingen einen Dreijahresvertrag als Spieler unterschrieben, musste jedoch nach nur einem Jahr seine aktive Karriere aufgrund von Rückenproblemen beenden. Seine Jungs blieben dran, Felix Edwardson ins Glück. Die letzten vier Punkte im ersten Viertel gingen auf das Konto von Enosch Wolf. Die Schwaben führten gegen die Franken nach den ersten zehn Minuten mit 22 zu 16. Technik erster Klasse gibt's bei Elektrobetz in der Eberhardtstraße in Tübingen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haustechnik, sowie die neuesten Technik-Trends. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektroinstallationen und haben eine eigene Meisterwerkstatt. www.elektrobetz.de Zu Beginn des zweiten Viertels hatten sich beide Teams schwer zum Korberfolg zu kommen. Die Tigers zeigten sich in der Abwehr stark verbessert und bauten die Führung im weiteren Verlauf dann weiter aus. Jura Sovic für drei Baunacht traf danach kaum noch. Seine Jungs nun klar auf Kurs Heimsieg und damit auf dem Weg zum Geburtstagsgeschenk. In der vergangenen Saison konnten sich die Männer in Grün erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt sichern. So und jetzt erzielte auch Tigers-Topscorer Reed Timmer seine ersten beiden Punkte. Die Tigers setzt klar Herr im eigenen Käfig. Jeder brachte sich ein. Die nächsten Punkte gingen auf das Konto von Beschnik Bekteschi. Der 25-Jährige ist ja in dieser Runde noch nicht so in Fahrt gekommen. Das galt allerdings auch für viele Kollegen. Doch jetzt lief es. Tyler Leser schraubte den Vorsprung auf über 20 Punkte. Zur Pause stand es 47 zu 25 für Tübingen. Wir machen direkt weiter und sehen den Flug des 18-Jährigen Demanya Natschwey sein. Danking als Dankeschön für den Einsatz in der Starting Five und natürlich als Extrageschenk für den Papa. Deshalb nochmal in Zeitlupe. Vorne klappte jetzt nicht mehr so viel. Doch weiterhin zeigte man eine richtig starke Leistung in der Defensive. Da musste man ja auch den Hebel ansetzen. Die Youngpikes bissen sich die Zähne aus. Ausnahme kurz vor Ende des dritten Viertels. Das war der erste Henry Trell mit 10 Punkten am Ende bester Baunacher Werfer. Der Vorsprung blieb jedoch konstant über 20 Zähler. Allerdings war es jetzt offensiv auch beim Erstliga-Absteiger sehr dünn. Stolze vier Minuten blieb man ohne Korb. Dennoch stand vor dem Schlussviertel eine 58 zu 33 Führung. Beschnick Bekteschi. In der 33. Minute schraubte Allen mit diesem Dreier die Führung auf 28 Zähler. Die treuen Fans wurden endlich mal belohnt. Die Youngpikes knabberten in der Folge noch etwas am Vorsprung ab. Der zweite Äste im grünen Dress Christian Kulamä von außen. An den Kräfteverhältnissen änderte sich jedoch nichts mehr. Entspannter Abend daher nun für die Kollegen. Und auch für ihn. Sein Vorgänger Matthias Fischer ist nun übrigens als Coach in China gelandet. In der Schlussphase feierte Youngster Daniel Zaschenk noch seine Zweitliga-Premiere. Die beiden besten Tübinger Werfer nochmal im Zusammenspiel. Tima auf Allen. Beide kamen am Ende auf jeweils 14 Zähler. Dann war Schluss. Die Tigers Tübingen schlagen die Youngpikes. Bau nach mit 82 zu 56 und feierten damit ihren zweiten Saisonsieg. Gleiche sechs Akteure konnten zweistellig punkten. Grundstein war jedoch dieses Mal die starke Defensive. Roland Steck sammelte wie immer die Stimmen. Mein Vater meinte noch vor dem Spiel, sei bereit. Ich habe davor Regionalliga gespielt, habe mich gut gefühlt, kam ins Spiel und habe gestartet, habe einen guten Anfang gemacht und dann kam der Fluss in die Mannschaft rein und dann haben wir das Spiel geholt. Von was ist passiert in den letzten drei Tagen? Wir haben uns im Training alle sehr angeschränkt, weil wir wussten, jetzt kommt wieder eine junge Mannschaft zu uns und wir wollten einfach unseren Fans zeigen, dass wir gewinnen wollen, dass wir hart spielen und unsere Defense hat uns heute ausgezeichnet. 56 Punkte ist perfekt für uns. Wir haben eine gute Reaktion im Training gezeigt. Wir haben angefangen, uns mehr darauf zu besinnen, unsere Offense wirklich durchzulaufen und disziplinierter zu spielen. Das haben wir heute, denke ich, gezeigt, dass wenn wir unseren Basketball ganz entspannt und unsere Offense durchspielen, dass das dann ganz gut läuft. Von der Verteidigung ganz zu schweigen, die bisher das Problem war, heute nur 56 Punkte zuglagt. Ja, ich habe es ja auch immer vorher gesagt, dass es auch zum größten Teil unserer Offense lag, weil wir zu schnelle Korbabschlüsse gefunden haben und dadurch keine Chance hatten, uns in der Verteidigung richtig zu positionieren. Heute haben wir diszipliniert unsere Offense zu Ende gespielt und dadurch können wir auch die Defense besser kontrollieren. So, jetzt geht es nach Chemnitz. Ja, sicherlich momentan das Team in der Liga. Aber ich denke, wenn wir so weitermachen, eine gute Woche uns darauf vorbereiten, dann wird das gut laufen für uns. Nun, jetzt fühlt es sich natürlich gut an. Wir haben endlich wieder gewonnen. Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen in Folge wollten wir heute unbedingt einen Sieg lernen. Wir haben alles dafür getan, toll gekämpft und uns am Ende belohnt. Was ist in den letzten drei Tagen nach der schwachen Leistung in Ehingen passiert? Nun, es war klar, dass wir in der Defensive arbeiten müssen. Wir können nicht ständig über 100 Punkte zulassen. Heute war es schon besser, noch nicht perfekt, aber wir sind ein neues Team und arbeiten weiter daran. Die Stimmen der Trainer gibt es noch in dieser Woche. Am Samstag geht es dann also zum noch ungeschlagenen Tabellenführer nach Chemnitz und vielleicht gelingt da ja der erste Auswärts-Crew.